Komm schon, Rufus. Mir ist kalt. Niemals. Bitte, Rufus. Ich friere. Lass uns gehen. Hörst du? Die Mädchen ist kalt. Nett. Netter Versuch, Kumpel. Komm, hol mir einen Stiefel. Ich bin auch artig und mach nichts. Rufus, ich hol mir hier den Tod. Ein Klabautermann, jetzt erlöse das Mädchen doch endlich. Sie trägt ja nur einen Pyjama. Holgo. Sie könnte ja auch in den Kutter gehen. Oder die Tür zum Gadgetshop aufmachen. Kraballgold schafft das bestimmt. Rufus. Bitte. Okay, okay. Ich geb auf. Ich kann mir das nicht länger mit ansehen. Ja. Hier hast du deinen blöden Stiefel. Ich hoffe, das war es wert. Siehst du, Goal? Ich habe gewonnen. Ein kaputter Stiefel. Da staunst du, was? Mein Held. Ja. Und den soll Goon essen? Können wir dem Mann bitte einfach die Bananen geben? Die sind auch gesünder als so ein Stiefel. Zugegeben. Es ist Schrott. Aber auch nicht mehr als der Rest, den ich mit mir rumschleppe. Ja. Okay. So, jetzt wieder. Nach Porta Fisco. Jetzt können wir ihm den Schuh geben. Und dann kriegen wir den Schirm. Ich glaube, ich hätte da etwas zu essen für dich. Wirklich? Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nicht so schnell. Ich schlage einen Tausch vor. Ich gebe dir das Essen und du gibst mir deinen Schirm. Hm, ich weiß nicht. Er ist das Einzige, was ich noch besitze. Mh, 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 lecker essen. Ach, na gut, einverstanden. Hey, hey, Moment mal. Das ist ja nur ein kaputter Schuh. Genau. Das adäquate Lebensmittel für einen Tramp wie dich. Was? Aber, aber, das, das ist doch... Bedank dich später. Guten Appetit. Ach, du bist manchmal so... Okay, dann haben wir hier ja ein Feuer. Da kann ich mir bestimmt schon mal meine Fackel anzünden. Mh, ha, 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 ha. Hoh, Fuß haben Feuer. Höh, höh. Okay. Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Hm. Wie, was? Was soll mir der Zettel mit dem Klopfzeichen sagen? Plus, minus, plus. Ich weiß es nicht. Voll. Ich glaube, ich habe da gerade irgendwas ganz leise im Hintergrund gehört. War falsch. Okay. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Falsch. Okay. Was? Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Okay, warte mal. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Okay, ich glaube, ich habe das System durchschaut. Okay. Ich glaube, ich habe das System durchschaut. So, ich habe davor dreimal geklopft. Er hat jetzt einmal. Der erste Hinweis ist ein Plus. Dann ein Minus, dann wieder ein Plus. Ich rechne also seinen Einklopfer rauf. So, jetzt ziehe ich drei ab. Muss aber natürlich auch erst mal wissen, wie viel Klopfer man anfangen muss. Jetzt hat er viermal. Zwei, drei, vier und meiner. Ja, komm. Hey, das war ja tatsächlich richtig. Natürlich war das richtig, du Morschbirne. Rufus, bist du das etwa? Was machst du denn da draußen? Du lässt mich ja nicht weinen. Vielleicht klopf ich einfach gerne. Komm rein. Janosch wartet auf dich. Gott sei Dank. Oder auch, ähm... Rufus, sehr gut. Ähm. Wer ist dieser Holger Meid? Das ist ja nicht nur schlecht, was du hier aufgebaut hast. Ja, die Rekordierung läuft hervorragend. Ich glaube, ich habe mein Charisma unterschätzt. Ähm, Toni? Oder die Tatsache, dass sich niemand gerne in die Luft sprengen lässt. Toni? Du? Rufus? Ah, ihr kennt euch bereits. Nummer 26. Das hier ist Nummer 2. Unser spiritueller Anführer. Rufus ist Nummer 2? Das kann nur ein Witz sein. Ähm. Genau. Warum bin ich nur Nummer 2? Wir haben inzwischen mehr als 25 Leute für unsere Sache gewinnen können. Also 26. Genau. Da sind allerdings auch die drei abgerichteten Delfine schon mitgeschält. Also beschwert du dich noch einmal über deine Nummer. Er richtet Delfine ab? Das ist mein Job hier. Was dagegen? Es schien Dorbedo Delfine. Okay. Dass unter Tonis Obhut selbst niedliche Delfine zu blutrünstigen Mordwacken werden, leuchtet mir ein. Aber wozu das Ganze? Was nutzen abgerichtete Delfine bei dem Versuch, einen Fahrstuhl in den Orbit zu grafen? Man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Was offenbar insbesondere für spirituelle Anführer gilt. Zuerst wollten wir Flugdrachen haben. Aber das hat sich als verdaler Wildschlag erwiesen. Ich hab's Nummer 27 von Anfang an gesagt. Aber er wollte einfach nicht hören. Au. Baby Delfine. Au. Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn dem Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Das war kein Nein. Und ich unterstütze Toni dabei. Rufus, wir machen nicht Katzenfutter aus Delfinbabys. Das Dieselöl ist alle. Leider. Wir brauchen es eigentlich, um die Turbine in der Kanalisation zu betreiben. Zum Glück herrschen da draußen gerade ablandige Winde. Sobald der Wind wieder dreht, ist der Gestand hier drin, Gaum auszuhalten. Okay. Also, neun Dieselbesatz. Check. Im Kiel da oben sitzt Eibold. Gerümpelt. Das schreit geradezu nach einem brillanten Manöver. Nein. Bitte lass nichts schreien. Durchreiche. Ihr habt sogar eine Küche? Na klar. Wir müssen doch irgendwie unsere Drogen verblegen. Wow. Das ist mehr, als ich dir zugetraut hätte. Was denkst du denn? Wir machen hier ja kein Kinderkram. Will dein neuer Freund auch einen Orangensaft, Janosch? Nicht jetzt, Mama. Ich will aber einen Orangensaft. Äh, hallo? Oh, hallo. Noch ein neues Gesicht. Bist du auch einer von Janosch kleinen Freunden? Na hören Sie mal. Ich bin der Anführer einer Rebellion gegen den Organon. Natürlich bist du das. Möchte unser trafbarer Anführer denn auch einen Orangensaft? Ja. Vielleicht später. Haben Sie zufällig etwas Katzenfutter? Leider nein, mein Junge. Ich wollte vorhin etwas zubereiten, aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Belfinen nicht zu den Vorräten sehen. Ja. Welche nette junge Dame denn? Na, Toni. Na ihr? Sollt euch der Onkel Rufus ein paar Kunststücke beibringen? Nein, 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 nein. Wie sie sich freuen. Tschüss. Oh, die sind aber wirklich süß. Planschbecken. Oh, das ist ein Schnabeltier. Oh, das sehe ich jetzt erst. Delfine. Warum sehen die Delfine so traurig aus? Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Ja, tu das mal. Ich glaube, das würde Rufus nicht schaden. Mein Delfinisch ist derart akzentfrei, dass es ihnen die Sprache verschlagen hat. Na, sieh mal an, wer mir da hinterhergelaufen kommt. Tja, meiner magnetischen Anziehungskraft konntest du eben noch nie widerstehen. Mach es bitte kurz, ja? Ich habe hier eine Aufgabe, die meine volle Konzentration erfordert. Delfine hüten. Einen Brechreiz unterdrücken. Was machst du hier überhaupt? Ich könnte dich ja wohl dasselbe fragen. Wolltest du nicht mit dieser Gabi nach Elysium reisen? Sie heißt Goal. Und wo ist Goal? Ist sie bereits einem deiner brillanten Manöver zum Opfer gefallen? Hast du sie aus Versehen aus einem brennenden Heißluftballon geworfen? Breit gefehlt. Es war ein Notboot. Oder sie sogar in Einzelteile zersägt. Nicht im wörtlichen Sinne. Goal wartet draußen. Und sie ist wohl auch. Zumindest zu zwei Dritteln. Sie kann einem nur leid tun. Hm, ja, eigentlich schon. Wie bist du hier gelandet? Du wusstest ohne mich wohl nichts mehr mit dir anzufangen, was? Tja, ich wachte eines Morgens auf und stellte verwundert fest, dass es in der ganzen Wohnung keinen einzigen Brand zu löschen gab. Ich musste kein Dach neu decken, keine Zahnpaste aus den Heizungsrohren pulen, keine verwundeten Nachbarn verarsten. Es bestand nicht einmal die Notwendigkeit, einen Gnu aus der Küche zu verscheuchen. Und da packte dich die Sehnsucht nach mir. Und da erinnerte ich mich daran, dass ich seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht habe. In Busa Westburg hörte ich dann Gerüchte von einer Rebellion gegen den Organon. Das hat scheinbar mein altes Rettersyndrom getriggert. Du und ein Rettersyndrom? Wenn überhaupt, dann hast du ein Prinzessinnenentführen und mit Feuerbällen auf Retterwerfensyndrom. Nenn es wie du willst. Ich dachte nur, dass meine Erfahrung im Bergen von Explosionsopfern möglich werden könnte. Tja, du hast mir so einige Fähigkeiten zu verdanken. Kann ich nicht mal bestreiten. Schön, dass du da bist. Verpiss dich. Ach, Tui. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der Anführer. Oh, Himmel. Es ist genau wie in meinem Albtraum. Also träumst du immer noch von mir. Ich war sogar in Therapie deswegen. Tja, so gerne ich über deine mich bezüglichen Fantasien sprechen würde, dein Traummann hat eine wichtige Mission. Oh. Du wirst nicht glauben, was mir alles passiert ist. Lass mich raten. Du warst schon fast in Elysium und dann ist dir wieder einmal deine Gutmütigkeit dazwischen gekommen. Woher weißt du das? Weil das Gespräch jedes Mal so abläuft. Als nächstes sage ich dann, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Aber diesmal stimmt es. Aber diesmal war es wirklich so. Exakt. Und auch wenn du gleich das Gegenteil behaupten wirst, du wirst dich nie ändern. Aber ich hab mich geändert. Verdammt. Das Delfinbecken müsste mal wieder geputzt werden, Rekrut. Bitte was? Ich hoffe doch, ich habe mich verhört. Aber Toni, ich bin immerhin der Anführer. Ich muss darauf achten, dass hier alles seinen geordneten Gang geht. Ich kann dich unmöglich bevorzugen, nur weil wir mal zusammen waren. Das ist doch... Gibt es Probleme, Rubus? Ich glaube, du hast deine Mannschaft nicht im Griff, Jana. Nummer 26 hier wollte mir doch tatsächlich gerade widersprechen. Tatsächlich? Ich darf doch wirklich sehr bitten, Nummer 26. Wenn der Chef etwas anordnet, dann hast du Wolkenschuhleichten. Aber... Dein Aber, Rekrut. Ich habe mich geirrt. Das hier ist deutlich schlimmer als mein Albtraum. Arme Toni. Zum Meeting trinke ich meinen Kaffee übrigens schwarz, Rekrut. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Danosch! Rekrut! Bei euch piept's wohl! Ich bin doch nicht euer... Rekrut! Und nichts verschütten, Rekrut. Du schaffelst dir dein eigenes Grab. Das glaube ich auch. Egal. Das ist es wert. Na, ist es nicht. Ich glaube, dir würden ein paar Liegestütze guttun, Rekrut. Überspann den Bogen nicht. Wir sind im Bürgerkrieg, Toni. Jede deiner überschüssigen Speckröllchen hier kann den Tod eines Kameraden bedeuten. Du mieser! Du mieser! Oh oh! Nein! 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 Rufus! Ah, okay. Ah! So butzig! Ich habe einen Köderfisch. Guck mal! Oh, Fischi-Fischi! Sie scheinen voll auf die Köder abzufahren. Ich sollte das im Hinterkopf behalten, falls ich Ihnen irgendwelche Tricks beibringen will. Okay. Äh, ich würde aber sagen, das war es für die heutige Aufnahme. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal schauen wir uns die Rebellenbasis hier weiter an und gucken mal, ob wir vielleicht auf irgendein andere Art an Katzenfutter kommen und nicht einen Delfin dafür nehmen müssen. Ich bedanke mich wie gesagt fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao! Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Chaos auf die Ponia. Ich habe es ja jetzt schon ewig nicht mehr gespielt. Schande über mich, ja. Ähm, was müssen wir denn machen, Leute? Was müssen wir denn machen? Boom! Müssen wir machen. Wir suchen natürlich, äh, Donnergoal? Goaldonner? Oder wie auch immer man sie nennen will. Und wir versuchen natürlich den Organon aufzuhalten, der alles hier sprengen will, ne? Ja, das, das war's doch. Hier gibt's also dieses Planschbecken mit diesem Pinguin, mit dem Rufus, Gerümpel. Das schreit geradezu nach einem brillanten Manöver. Ja. Gerümpel. Das schreit geradezu. Okay. Ja, das schreit nach einem brillanten Manöver. Ah, wir können nach hinten. Rufus, was können wir denn machen mit dem Rufus? Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Ja, das ist lustig. Weil meine Maus weg ist. Rufus, meine Maus ist weg. Hm, verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Okay, also irgendwas mit dem Gulli und dem Typen, ja? Weil jetzt so Wert darauf gelegt wurde, dass der vorbeiläuft. Was haben wir denn da, boah, wie schönes? Wir haben Bananen. Bananen sind immer lustig. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Oh, soll er in den Gulli rutschen? Hm, verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Ja, okay, also irgendwas mit dem Bananen. Was haben wir denn noch? Wir haben einen Sender. Das hätte ich mindestens genauso gut hinbekommen. Wozu ist der Sender denn gut? Ähm. Wozu ist der Sender gut? Ich hab zu lange nicht mehr gespielt. Ein Schlauch, ein Köderfisch. Die Fernbedienung für Gulls Persönlichkeiten. Einen kaputten Regenschirm, brennende Fackel und ein Kanaster. Schlauch? Ja, das ist lustig. Aber noch nicht lustig genug. Hier ist mein feines Gespür für intelligente Unterhaltung gefragt. Okay, kann ich den... Ich weiß nicht, schade. Gut. Dann geh ich hier wohl erstmal wieder raus. Weil ich meine mich zu erinnern, dass wir hier sonst schon mit jedem gesprochen haben. Wir waren nur noch nicht da drüben. Mit dem Delfin kann ich nichts machen, ne? Da hat Toni was dagegen. Mit ihrem Knackarsch. Mein Delfinisch ist derart akzentfrei, dass es ihnen die Sprache verschlagen hat. Warum sehen die Delfine so traurig aus? Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Hm, sie lieben physische Komik, aber... Wie kriegen wir die hin? Kann ich ja vielleicht... Haben wir hier was in dem Kanaster drin? Kann ich das mit dem Bulli? Und schöne Öllach auf der Ausrutsche. Ja, das ist lustig. Aber noch nicht lustig genug. Hier ist mein feines Gespür für intelligente Unterhaltung gefragt. Es sind die Bananenschalen. Muss ich vielleicht den Schlauch hier festmachen? Nein. Nein, das wirkt nicht so ganz richtig. Was ist denn, ich bin dem Baby-Delfin mit. Den kann ich auch reden. Wieso? Na ihr? Sollt euch der Onkel Rufus ein paar Hohenstücke beibringen? Hm? Nein! 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 Wie sie sich freuen! Tschüss! Ja! Tschüss! Okay, ich gehe hier dann mal erstmal wieder raus. Klappe. Achso, ja. Ja. Da steht der Goon. Da steht die Gool. Da stehen ganz viele, die ich nicht kenne. Bis zum nächsten Mal.